Ah, gut, dann ist der Eintracht hier. Wir blicken zurück auf den legendären Abend gestern im Waldstadion 2. Holy Moly. Und falls ihr seht, ja, ich glaube, ich habe einen Zornbrand da, um den an die Stirn. Hat sich so, fühlt sich so an und ist rot und so, aber auch whatever, keine Ahnung. Man hört meine Stimme, ich bin am Arsch. Ich bin fertig, ich bin zu alt für diesen Scheiß mit Tagesflieger und keine Ahnung. Alter. Was ist da gestern passiert? Erzählt mir das mal. Es ist unrealistisch. Ich habe so ein paar Videos halt natürlich gemacht. Ich werde demnächst ein Video auch noch versuchen zu machen, aber ich bin sowas von fertig. Komm, ich will gar nicht irgendwie aktuell so richtig rückblicken, weil ich muss das erst noch alles realisieren. Ich meine, es war ja auch ein Einstand. Ich meine, es war ja auch ein Einstand nach Maß. So ist es ja nicht, ne? dass du da nach drei Minuten ein Elfmeter bekommst, was auch komplett gerechtfertiger Elfmeter war, auch wenn ich teilweise hier und dort dann gelesen habe, dass die Barter-Fans sehr unzufrieden mit dem Schiedsrichter waren und da ihm, ja, schon gesagt haben, ja, der Schiedsrichter hat ein Eintracht-Trikot an. Ach komm, ihm was sind die anderen schuld, das kommt, da kommt, dazu kommen wir auch noch. Aber auf jeden Fall haben wir im Barca dominiert. Auch wenn es manche sagen, eh, ihr hattet nur 30% Ballbesitz oder 35. Ja, hatten wir, aber wir hatten die besseren Chancen gehabt. Wir hatten mehr Torschüsse bis zu einem gewissen Zeitpunkt gehabt. Wenn klar, die zweite Halbzeit gerade zum Ende hin, keine Frage, aber ansonsten haben Barca einfach richtig gut wegverteidigt. Zu 100% kannst du sie gar nicht wegverteidigen, keine Frage. Aber wir haben das richtig gut gemacht. Wir haben sie wirklich richtig genervt und das musst du, weil das sind so gewisse Typen, die haben nach einer gewissen Zeit einfach keinen Bock mehr und das hat man denen dann angesehen. Du bist ihnen so lange auf die Nerven gegangen, bis sie keinen Bock mehr hatten. Und natürlich war es auch gut, dass wir jede zweite Großchance reingemacht haben. Aber hier und dort habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Oder man hat sich gewünscht, boah, wenn der besser kommt, dann hätte es erst noch ein Tor gemacht. Weil uns war auch klar, dass es noch lange nicht durch ist. Vor allem bei Bore. Also wir regen uns auf, spiel doch raus, spiel doch raus. und dann spielt er da draußen und für uns war die, für uns war die Chance schon vorbei. Und dann hämmert der da einfach mal aus 27, 28 Metern drauf und hämmert den da direkt in die Latte. Alter, was ne Bude. Gefühl trifft er nie und dann macht er so ein Ding. Holy Moly. Und dann sind alle komplett oben im Block ausgerastet. Alter, war das geil. Ohne Mist. Einfach nur geil. Und dann haben wir uns nur unglaublich noch angeschaut und haben gesagt, was passiert hier? Was passiert hier, dass du auch noch so eine Bude dann machst? und alter, dann führst du 2-0 in Barcelona im Camp Nou im Waldstadion 2. Mir egal. Lassen wir es einfach so, wie es ist. Übrigens sehr lustig mit Wikipedia, dass sie dauerhaft den Eintracht ändern. Stadion von Eintracht Frankfurt oder Auswertsstadion von der Frankfurter Eintracht. Ich feiere es. Krieg der Wikipedia auf Turm. Was mich aber tierisch aufgeregt hat, um nochmal zurück aufs Spiel zu kommen, war eine der 42, 43 Minute, als du die Mega-Chance hast, du kontern zwei Stück links komplett blank ist und die kriegen den Ball nicht rüber. Ich meine, wir kriegen, wir haben das gesehen, ich glaube, in der Mitte stand einer mit dem Rücken zu den zwei Leuten. Er hat versucht, ihn rüber zu bringen. Ich meine, wenn es klappt und er nochmal weiterleiten kann, ist es in Ordnung. Aber wir sehen ja von der Tribüne immer mehr und für ihn war es, glaube ich, schwierig, aber trotzdem, so eine Chance musst du besser ausspielen. Und da habe ich gedacht, oh, ich habe gesagt, ich traue der Chance noch hinterher, weil ich gedacht habe, ja, wenn wir da das 3-0 machen, ist das schon sehr wichtig. Ich wusste aber an 2-0, das wird einfach dann bombastisch mehr, weil ich wusste, zwei Tore, das geht ratzfatz, gerade als Barcelona. Und die haben ja schon einiges geschafft und ich meine, Kevin Trapp hat ja schon so einiges dort erlebt. So oder so, in der Hauptzeit war dann so unglaubliches gegeneinander anschauen mussten, aber ja, okay, 0-2 ist noch nichts, ist nur die halbe Miete, das hat nichts zu bedeuten, 0,0 und ich habe, glaube ich, auch nur gepostet, was passiert hier, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich kam darauf nicht klar, dass wir 0-2 darf in Führung liegen, in Barcelona. Holy Moli und dann machen wir sogar noch das 3-0 und dann führst du da 3-0 als Eintracht Frankfurt gegen Barcelona, bei Barcelona, aber selbst das 3-0 war für uns oben dann noch nicht so sicher. Also wir haben gewusst, es ist so ein erster großer Schritt, nein, wir wussten es trotzdem noch viel auf der Uhr und wir wissen auch, wie schnell es noch gehen kann und da waren wir trotzdem noch nicht zu 100% sicher. Wir haben gesagt, komm, ein Tor am besten noch, damit es wirklich komplett durch ist, aber wir waren uns noch nicht zu 100% sicher. Aber im Endeffekt ja, haben wir das gut wegverteidigt, ja, das Abseitsdingen war natürlich auch ein bisschen glücklich, dass es so ein Stück Abseits war, war natürlich Abseits, aber in diesen 9 Minuten Nachspielzeit, die natürlich komplett gerechtfertigt waren durch die lange Pause mit dem Headset Problem etc. Dann schießen die das 1-3 und kurz darauf, nur 1-2 Minuten später, die Riesenchance, die aber auch Abseits gewesen ist, aber trotzdem, wenn das kein Abseits ist und das Ding reingeht und es geht 2-3 und du musst nur 6 Minuten aushalten, was meinst du, was dann da abgeht? das wäre, ich wäre, keine Ahnung, das war ja schon so nervenaufreibend und dann, wenn du noch 5 Minuten so aus hättest halten müssen, ich wäre durchgedreht. Ja, dann kommen wir zur Elfmetersituation, eigentlich total dämlich. Ah ja, es war faul, wahrscheinlich, hier und dort wird es wahrscheinlich nicht gepfiffen, aber ja, mit dem, ja, mit dem, keine Ahnung, mit dem Arm und dann, ist einfach dämlich, scheiße, ärgerlich, das ist eine gelb-rote Karte, das Enticker fehlt im Auswärtsspiel, immerhin, sondern im Heimspiel, da, bei, aber es ist halt bitter, dass wir, jetzt zwei Ausfälle haben, bei, West, Jakic, fehlt, Enticker, ich meine, dafür kommt Tutor wieder, ich wende mal, Touré wird vielleicht auf die Position von Enticker gehen, hoffe zumindest, Touré wirklich mit einem, sehr, sehr guten Auftritt, wer hätte das gedacht, einfach so ins kalte Wasser geschmissen worden, sozusagen, und der hat das so, so, gut gemacht, Respekt, dafür, und dann, hält Kevin Trapp, diesen Elfmeter, dachte zumindest jeder, aber der war wirklich so ein Stück, war der im Tor, und so ärgerlich, aber wie er den gehalten hat, einfach nur, Respekt, dafür, Holy, und Moly, klar, er ist dann drin gewesen, aber im Endeffekt, ja, haben wir dann gedacht, ja, mal gucken, normal dürfte er gar nicht mehr so viel nachspielen lassen, die Zeit ist vorbei, es gab keine langen Unterbrechungen, und dann wird, ja, der, Anschluss ausgeführt, und drei Sekunden später, pfeift er, und dann, hielt sich ja alles da oben, die Jubel, drauf, war grenzenlos, also da, landen, lagen sich alle in dem Arm, Corona gab es für diesen Zeitpunkt nicht, ich will nicht wissen, wie viele, jetzt irgendwie, positiv sind, meine Stimme ist ja kratzig, mein Hals ist kratzig, jetzt auch noch durchs Stadion, einfach nur übel, also ich kann kaum lange reden, weil es immer, wieder, sticht, aber ich bin, negativ, ich lasse mich am Morgen auf jeden Fall, noch mal, testen, ansonsten natürlich, Jubel, danach, Feierei danach, am besten, weil ich sage, ja, liebe Fans von Eintracht Frankfurt, bleibt mit noch im Stadion, äh, blibla blub, als ob wir sofort gegangen wären, weißt du, ich meine, wir sind jetzt Chelsea London, die beim Halbfinaleinzug, zwei Minuten später, äh, komplett das Stadion leer ist, so gefühlt, war, aber, was da abgegangen ist, die Feierei, ähm, wie die, Mannschaft schon wieder, geht, und auch wenn wir zu uns gerannt kommen, das zweimal gemacht hat, ähm, generell, die Feierei, da waren die Interkampide, kam noch mal raus, einfach mega geil, und am besten mal immer noch, Klaas, die Spieler haben, bei mir gestanden, und er macht immer so ein Bauchklatscher, und rutscht da durch, ein mega geiler Typ, aber das ist erst mal gewesen, mit dem, Rückblick auf das Spiel, ich kann eh kaum noch reden, äh, ich muss immer Kratz machen, weil jetzt fängt wieder das Stechen an, das ist richtig, richtig übel, aber ihr könnt gerne in die Kommentare rauchen, wo ihr das Spiel gesehen habt, äh, wie ihr gefeiert habt, und alles rum und dran, ich sag Arrivederci, bis dahin, und, ciao, ciao, Ciao,